Wie wäre es mit einer Geldquelle, die Sie ohne große Investitionen sofort anzapfen können und die daraufhin sprudelt und sprudelt und sprudelt? Eine solche Geldquelle gibt es nicht, meinen Sie? Dann haben Sie einen absoluten Buh-Markt bislang sträflich vernachlässigt, die Hörbücher. Denn Hörbücher sind nicht nur populär, ihre Beliebtheit steigt auch von Jahr zu Jahr. Und das Beste, auch Sie können ohne Probleme so ein Hörbuch produzieren. Lassen Sie sich helfen von meinem Ratgeber Super Profit mit Hörbüchern. Lassen Sie sich von mir den schnellsten Weg zum eigenen Tonstudio zeigen. Sie werden staunen, dass das nur ein paar Euros kostet. Zudem zeige ich Ihnen, wie Sie den Sprecherpart höchstpersönlich, aber zugleich höchstprofessionell übernehmen können. Und zu guter Letzt vermittle ich Ihnen ein gesamtes Profi-Wissen, mit dem Sie Ihre selbstproduzierten Hörbücher problemlos und rasch im Internet verkaufen können. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der www.erfolgsunline.de Gehen Sie Ihren Weg. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Grademacher D desta beh tele boyfriend